Willkommen zu einem neuen Video. Moin Leute, heute gibt es wie auf diesem Kanal auch ein neues Video. Mit dabei sind Ximunkey und wo jetzt gerade der letzte Außen-Trupp bleibt, weiß ich nicht. Wir machen ein ähnliches Projekt wie Craft Attack. Wie heißt nochmal die richtige Version? 1.0.6, ne? Ja, das ist die Standardversion, die wir alle hier gerade haben. Ich komme zu dir auf, ne? Ja, also wir machen ein kleines Projekt, was ähnlich nachempfunden ist wie Craft Attack. Und da kommt schon Steve. Im Ernst? Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem Video von mir. Also mein erstes richtiges Minecraft Video und ja, dabei ist der Steve und der Ximaster. Jungs, ich bin schon mal im Sumpfbiom hier, falls ich einen Slime finde. Wir müssen alle gemeinsam jetzt arbeiten. Also wir machen eher so jetzt auf, äh, neben zu dritt jetzt auf. Also ihr könnt immer aus der anderen Sicht so von jemand anderem gucken und, ähm... Jo, ich hab schon Seeds. Und wir arbeiten halt im Team Vieter, wo willst du? Ich bin im Sumpfbiom. Ich hole Holz und falls ich einen Slime finde, kann ich auch direkt Schleimbälle holen. Im Sumpfbiom spawnen die Haufen. Ich hab schon sechs Holz, brauch grad wäre ein bisschen was. Was hast du? Ich hab Holz, jede Menge. Geröhren, Empfindlichkeit, ein Wunder. Akzeptabel. So, ein paar Sitzlinge hab ich auch. Pilze, hol ich mir. Okay, das war jetzt... Jungs, wisst ihr, was man für Pilze braucht, um diese, also diesen Pilzschwamm abzubauen? Und daraus was zu bekommen, wisst ihr das? Nee, auf jeden Fall. Jetzt tue ich erstmal ein bisschen Holz. Ja, wir treiben uns am besten gleich wieder ins Horn. Ja. Wir treiben uns rein vor. Ja, wir wollen, wir fangen am besten auch an. So, wir essen jetzt mal alles. Das wär best. Jo, zu dem Thema auch noch. Schreibt auch bitte in die Kommentare, wenn das mit der Outlook immer noch nicht besser geworden ist. Ich hab schon den Ton auf 20% runtergeschraubt und 43% runtergeschraubt. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass es besser ist. Und auf jeden Fall, ich werde euch von den anderen beiden Spielern hier den Kanal noch in der Beschreibung verlegen. Ich werd's auch machen, wenn ich Sinn kriege. Ja, wir kommen zu mir. Wir machen alle verschiedene Häuser. Wir können uns das ein Team. Ja, als Team, aber das sind wieder ein Verschiebungen. Das sind verschiedene Häuser. Hier kommt schon mir. Du bist hier. Bist du beim Spawn? Ich hol mir erstmal Seelrosen. Ich hol mir erstmal Holzspitzsacke und arbeite mich dann direkt auf Stein vor. Ja, Holz wäre ja Standard für mich am besten. Also, ich glaube nur, weil keiner andere als erstes hochkommt. Also, ich hab mich dann bei mir oder weil ich sie maßt habe oder auch noch. Jungs, hier auch direkt eine Kiste. Mach das. Ich geh schon mal auf Stein. Also, für eine Steinsspitzsacke hätte ich jetzt schon genommen. Aber ich warte erstmal, bis ich mich für eine Steine in den Rücken habe. Ich hab noch acht, neunzehn Stück. Alter! Ixi Monkey? Keiner hat bitte geschlagen. Ixi Master, warum hast du dich denn so erschrocken? Im Ernst? Du bist richtig zusammengezuckt. Du bist richtig zu getötet. Das stimmt. Bleib schlagen. Ich schlagen. So, ich mach jetzt erstmal Holzpäu. Wie viele Kerze habt ihr dann bekommen? Ein halbes. Wow! Zum Glück. Ja, musst du lassen. Nied und überarbeiten ja. Ich hab jetzt hier zu tun. Ja. Boah! Gamm! ich habe jetzt auch ich habe einen ich habe eine werkbank ich habe einen ofen und einen truhe gesetzt ich bin hier die ganze zeit im stein und habe hier eisen gefunden erst mal nur das nötigste aber ernsthaft wir haben schon gleich die erste eisenausrüstung du hast nicht alle zutaten im ernst du hast nicht alle zutaten für holzbretter und falls ihr euch fragt warum ich so langsam spiele ich spiele auf den frischen zettel jetzt muss ich jetzt die empfindlichkeit umstellen hm kann man musst du unter einstellungen ich habe es aus ja bei mir wills nicht ausbleiben stützt bei dir das spiel immer wieder ab nein es ist einfach automatisches bringen hier das automatische spring nicht aus ja ist aus er macht es aber immer noch ok das ist scheiße ich weiß selber nicht wieso ich finde sowas eigentlich nicht alle tassen zurücksetzen warte wer dafür wenn wir lava haben dass wir dann auch noch direkt eine auto mal also so eine cobblestone farm machen wieso wer ist auch dafür ja kohle wie ich erstmal ganz schnell ärzte finde aber die nervt das gerade ein bisschen mit dem auto springen tschüss akkuladung schon alle ich würde mal sagen steve ist fast raus nein steve hat noch 15 prozent ok das geht noch ok hier unten wieder licht weiter geht's aber wir müssen auch schnell an obsidian diamanten und so kommen wegen vertauberung peter das ist der erste tag auf dieser map ja ich will und du laberst schon von ja ganz schnell an ich denke immer in großem maß stehen das weißt du doch ja zumindest was mycraft angeht hast du gerade ernsthaft den namen von ihm gesagt ja das machst du auch die ganze zeit echt xy monkey wir machen am besten die außenwände unseres hauses mit holz ok mit stein also wenn ihr stein braucht ich hab mir ich hab jetzt gerade 12 abgebaut ich habe also ich habe 11 eisenerz und 37 stein ja ich will jetzt erstmal ein bisschen dingens machen und gravel und rein ich will kann stein ich will kann stein ich will kann stein kann mir jemand und ein bisschen ein bisschen töten gute idee wir müssen den ofen zu brennen bringen ich habe kohle meine englische künstler sind wieder am start 15 stück ok steinschwert habe ich gut alter wer hat mich gehauen ich habe nur so eine kuh gehauen aber ich dachte das wärst du alter verarschen ich gebe dir gleich einen kick ok ich übernehme ich wollte jetzt holzkohle eigentlich rein tun ja egal mach irgendwas ist so dunkel irgendwas ich habe in den einstellungen die helligkeit heller gestellt heißt es ist da ich nehme mal den einzelnen stein raus und mach eisenerz rein haben wir schon fackeln ja ich habe ein paar ne doch nicht mehr oder wo kann ich diese helligkeit machen ich habe welche drei stück jetzt habe ich keine mehr da wird die nacht doch zum tag ähm ich muss noch ein stückchen machen ja ich weiß beim handy dauert es lange ja also ich habe uns was zu essen reingemacht das ist gut das war der plan ja was denkt ihr wieso ich was zu essen reingemacht habe nun muss alles ausgeleuchtet sein sonst kommen wir noch monster ich beleuchte erstmal das gebiet um unser haus herum ja das stimmt auch boah dieses auto sprengen ne im ernst das gibt schlimmeres und äh monkey nicht hauen ne ja ich haue doch nie hat man ja vorhin gesagt warum hast du schon eine eisenspitzhacke jetzt sehe ich nicht ins bild sorry aber ich will immer im mittelpunkt stehen man merkt ok das gebiet ist weitgehend ausgeleuchtet von mir das ist gut du brauchst du bruchstein also kabel ja warte ich geb dir mal 37 ja hau raus die kacke hab ich ich guck mal ob ich irgendwo in der umgebung monster finde zum abschlachten da ist ein zombie die skelette noch nicht ähm die werden sie noch überall dran kommen ähm ich